So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich ich bin gerade Level 60 geworden. Dadurch habe ich natürlich die Möglichkeit, wieder die nächste Aufgabe für ein Band zu machen, beziehungsweise die nächsten Stile für freizuschalten. Wo müssen wir dafür hin? Nach Stronghold. Dann fliegt ihr in die Mitte und dann seht ihr hier diesen kleinen Steg schon. Da müssen wir nämlich hin. Dann hier um die Aufgabe geht es. Den Band bekommen wir dann. So, ich lande hier und dann müsst ihr eigentlich... Ja, da ist er schon. Da blockt er dann auch. Ich sage jetzt schon, macht in Gruppen keine. Weil wir dürfen jetzt quasi mit ihm hier durch ganz das Stronghold durchreisen. Wie ihr seht, der springt hin und her, hin und her. Zack, weiter. Weil wenn ihr das mit Solo-Modus macht oder mit Doom-Modus wird es wahrscheinlich auch noch gehen. Aber jeder Gegner, wisst ihr selber, nervt, kann euch töten und ihr könnt den ganzen Kram wieder von vorne machen. Weil der Ort hier gehört ja nicht gerade zu unserem Lieblingsort. Und dann versinkt er hier in der Erde. Einmal draufschlagen und schon haben wir die Aufgabe geschafft. So, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ihr wisst ja, gerne ein Like da lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne, euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Level und haut rein. Bye.